Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchelar und schaut euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Heute wollen wir den Great Vault öffnen und schauen, was ich als Weekly Loot so rausziehen kann. Ich war letzte Woche wieder fleißig, habe ein bisschen im Plus gemacht. Ich müsste zwei Kisten haben, also eine, ich glaube eine mit einem, ne beide mit glaube ich 12, 13er Loot. Ich war letzte Woche vier Instanzen über Stufe 12, also 12 aufwärts. Und dementsprechend müsste ich zwei Kisten kriegen. Ich glaube, ich habe drei 12er gemacht und eine 13er. Der eine oder andere mag sich wundern, okay, warum ich ein bisschen anders klinge. Mir hat es meine Soundoptionen zusammengehauen und ich bin noch dabei, das Ganze zu fixen. Es hört sich aber, ihr werdet es nicht glauben, im Moment schon besser an als am Anfang. Ich musste einiges umstellen und es war ein bisschen ärgerlich. Was auch ärgerlich war, war letzte Woche die Chest. Und zwar haben wir da ja leider nichts Sinniges rausgekriegt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat von euch, aber dort war ja genau der Worst Case eingetreten. Ich habe zwei über 220er Items in der Kiste gehabt, also beide durch M+. Und die sind natürlich genau da hingerollt auf Hose, wo ich mein Legendary habe und auf die Brust, wo ich halt schon 220er habe. Und dann musste ich halt 207er Schultern aus dem Raid nehmen. War ein wenig enttäuscht, aber ich hoffe, dass das die Woche besser ist. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ich könnte eine Waffe brauchen. Trinket wäre gut, Hände wären gut. Loot-Spec habe ich schon auf Wächter eingestellt. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass ich dieses Mal nicht wieder so einen Kack drin habe. Bitte eine Waffe, bitte guten Loot. Okay, was haben wir drin? Wir haben einmal einen Hals und wir haben einmal Hände. Jetzt müssen wir uns halt überlegen. Ich habe einen 207er Hals mit Versa drauf. Was haben wir hier? Gut, Handgelenke und Ding, das wollte ich mir gar nicht angucken. Die Hände haben halt jetzt eher so Semi-Stats drauf. Tempo-Krit und hier habe ich halt Tempo-Mastery drauf. Also, auf jeden Fall ein Upgrade. Wesentlich besser als letzte Woche, muss ich sagen. Aber ich hätte halt lieber was mit Tempo-Mars-Versa gehabt. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd. Ich habe auf keinen von beiden Items Versa drauf. Ich tendiere tatsächlich eher zu dem Hals als zu den Händen. Schlichtweg, weil ich hier halt Tempo mehr drauf habe und Tempo mein zweitbester Stat ist. Und Mastery ist mein drittbester Stat. Hier habe ich halt den zweitbesten und den viertbesten drauf. Obwohl ja vom Item-Level wahrscheinlich die Hände ein höheres Upgrade wären. Wobei ich mir jetzt eh einfach über PvP-Punkte die Hände holen kann. Das sollte kein Stress sein. Ich meine sogar, dass ich den Hals sockeln könnte. Da muss ich mal gucken. Ja, komm. Ich hole mir die Hände. Das ist wahrscheinlich das Sinnigere. Die Hände sage ich. Hier, den Hals. Der ist wahrscheinlich krasser unterwegs als die Hände. Dann hole ich mir über PvP-Punkte dann noch Hände oder so. Da habe ich ja jetzt ein bisschen was zusammengespart. Die zwei Dinger kann ich vergessen. Aber hat sich gelohnt die, ähm, warte mal hier unten. Achso, da unten kann man dann die Dings auswählen. Stiegier, aber Stiegier brauche ich nicht. Okay. Und den Hals nehmen wir, oder? Ja, Hals wollen wir haben. Dann schauen wir mal noch, was wir für einen Key bekommen haben. Hier Theater auf zwölf. Ja, das ist ganz gut. Theater mag ich eigentlich. Bis auf den Endboss. Den finde ich eigentlich auch einfach. Aber, ähm, ich war da, war das, ich glaube, letzte Woche war das tatsächlich. Dann war, war ich bei dem Endboss, ne? Wir hatten zwölf Minuten über in einem zwölfer Key. Nur den Endboss noch. Und dann sind wir wegen dem Heiler, ich glaube, drei oder viermal gestorben. Und tatsächlich, jedes Mal ist der Heiler uns weggestorben. Mit Battle Rats und allem drum und dran. Das war ein bisschen nervig. Aber sonst ist die Instanz eigentlich ganz gechillt. Okay, gut. Dann haben wir jetzt ein halbwegs sinniges Item gekriegt. Ich muss mal gucken, ob ich es noch sockeln kann. Eventuell, ähm, kann ich mir da noch was holen. Dann werde ich mir jetzt wahrscheinlich über PvP-Punkte noch die Waffe oder Hände holen. Das muss ich jetzt mal noch schauen, was sich da mehr lohnt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Woche wieder beim Weekly Chest Opening. Ich hoffe, da gibt es dann wieder was Schönes raus. Ich werde wieder ein paar im Plus laufen. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Loot kriegen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Telar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.